Hallo, wie geht es dir? Ich bin glücklich, ich bin Igor aus Russland. Und wie kann man Giga-Spielen lernen, wenn man nur eine Schreibmaschine hat? Es ist ganz einfach. Sie müssen nur beginnen, den Prozess des Geigenspiels zu beschreiben. Stellen Sie sich vor, wie Sie die Seite einspannen und auch die Bürger hin- und ertreiben. Visualisieren Sie, wie Sie den Winkel von Giga und Bogen verändern und beschreiben Sie das Gefühl, das Material eines Musikinstruments zu berühren. Nachdem ich diesen Prozess in 2000 Wörtern beschrieben habe, bin ich sicher, dass Ihre Fähigkeiten ergeplicht zu nehmen werden. Ich wünsche dir viel Erfolg, liebe Freund. Ich liebe dich. Ich liebe dich.